Ein Abenteuer, größer als du es dir vorstellen kannst. Verkirmer in Willow. Freitag, 20.15 Uhr. RTL 2 macht einfach Spaß. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Das kann ich mir schon denken. Nein, Ernst, ich meine, sind wir eigentlich vernünftig abgesichert? Ich dachte, das wäre Frauensache. Sehr witzig, aber wo kriegen wir eine gute Vorsorge? Ohne, dass es gleich so viel kostet. Und wer hat die nötige Erfahrung? Das frage ich mich manchmal auch. Nun macht ihr mal keine Sorgen. Wer schlau ist, geht zu Hannoverschen Leben. Profitieren Sie von 125 Jahren Erfahrung und Top-Konditionen. Unter 080 200 9000. Jetzt komm, Appa. Mein Vater. Er sagt, er ist endlich wieder zu haben. Jetzt hat er sich ein neues Hemd gekauft. Wer weiß, was als nächstes kommt. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Er sagt, sein neues Hemd ist sein neues Ich. Mal sehen, wie lange das hält. Es ist kein Geheimnis, dass Kleidung mit der Zeit kraftlos werden kann. Das neue Arzt.